Willkommen zurück zu Trine, mit Felix, Axel und mir. Hallo. Ich hab eine. Da, ich bin ja. Awesome. Spinnen wir eben? Where are they? Ach, Yannis. Ich behoffte dich da dran zu hangeln. Nein! Ich schon. Yannis auch. Aber du musst noch mal nach der Links, Yannis. Ja, warte, mach ich. Na, du hast gefehlt, stimmt's? Nein, ich weiß nicht. Ich komm hier hoch. Fass in diesen Magier. Ja, fass. Ich seh gar nicht, was hier da drüben macht. Ja, warte, ich helfe euch erst mal, in Ruhe zu kommen. Du musst mir nicht helfen, ich schaff das auch alleine, wenn du nicht da bist. Jetzt hoch. Okay. Und nach links. Ich komm nicht weiter nach links. Verdammt. Links. Komm nicht weiter nach links. Ja, noch ein Stück. Nee, es geht nicht weiter. Ja, reicht doch. Gut. Oh, oh, oh! Oh, was? Oh, warum springst du? Ja, perfekt durchgekommen. Was nehmen wir zu schnell? Ich mach das. Oh, verdammt. Ich bin wieder da. Und so. Hä, warum schießt das da durch? Was? Also wenn der Magi und ich am laufenden Band blockieren würde. Oh nein. Dein Ding da oben, das stört mehr als dass es hilft, ne? Überhaupt nicht. Dadurch schießt sich das Ding nicht ab. Das ist voll aus. Ah! Oh, fuck. Krass, wir haben es geschafft. Das ist nur einer versuchen und nicht alle gleichzeitig. Das ist egal. Die sind auf Zeit getrennt. Ach. Ach, echt? Das Ding da blockiert mich nicht eigentlich. Okay, ich mach's weg. Ja, und dann lebt mich wieder und dann zeig ich dir, wie das kommt. Kann ich ja nicht irgendwie oben dran haken? So. Siehste? So. Jetzt kommt der wenigstens nicht mehr ganz so viel durch. Ich bin tot. Da kamen noch welche durch. Ganz gerne zurück. Auf dem Nagia kannst du dich nicht verlassen. Ja. Alter, weißt du, ohne mich könntet ihr gar nichts. So, ich zeig euch das jetzt. Ihr lasst mich jetzt alle in Ruhe und ich zeig euch, wie das geht. Oh, Gott. Nearly. So, ich bin schon untergegangen. Ach. Ach, fuck. Ah, gut. Dann helfe ich euch beiden halt erstmal so drüber. Geh doch einfach das Zell weg. Ich mach das alleine. Verdammt. Ah. Hättest du voll geschafft. Du bist nicht tot. Oh Gott. Warum wollt ihr mal Yannis zugucken? Mach dich doch ganz lange und spring da rüber. Yannis? Fast. Du kannst dich auch länger machen. Ja, ich weiß. Ich hätte es geschafft. Ich hätte es geschafft, hab ich gesagt. In welcher Wirklichkeit. Ja, ich bin drin. Du kannst hier unten links auf diese magnetischen Dinger springen, Yannis. Ja, dankeschön. Ich wäre jetzt bis dahin gelaufen und dann kurz davor umgedreht. Äh, ich warte dann mal hier auf euch. Ja, danke. Für Spaß. Kannst du nur in die Eierschau gehen. So wie wir dieses Teil hier. Ah. So, ich bin schon mal in der Mitte. Oh. Ich bin drüben. Oh Mann. Fast hätte ich das so geschafft. Guck mal, du hast doch eine Brücke von mir da bekommen. Ich werde jetzt wahrscheinlich echt gut gehen. Ah, siehste? Ja. Nein, wir gehen nicht weiter. Ja, leider. Jetzt wollte ich noch mal. Hahaha. Hoho. Ich lebe. Ich lebe noch. Alles gut. Ich lebe noch. So close. Okay, danke. Oh, die... Die haben wir so schön gestaltet. Ich liebe das. Ja. Nicht schlecht. Haha. Das war der einfache Weg oben rum, ja? So. Also hier war nur, äh... Wir müssen irgendwie verhindern, dass das Ding die Blasen kaputt macht. Kannst du das Rad anhalten mit deinem Magic? Nein. Das ist aus... Warte mal, ich mach mal das Portal. Na gut, das hätte ich auch gesagt. So, ha? Ja. So. Looks pretty good. Ich bin der Dickste, ich muss erst hoch. Ja, warte mal, das hier muss noch da. Alter, Janis. Das... Das war perfekt so. Was machst du für'n Quatsch? Oh, jetzt... Hast du alles gestört? So, ne. Das ändert uns jetzt daran. Bring nicht, was tut der? Was tut der Mädch? Nächste. Nein. Ich wollte eigentlich nach rechts. Hab ich? Oh, dann lässt du mir die Blase. Oh, Mist. So, ich bin oben. Ja, aber da ist noch was. Geht nicht mal mit dem Doppel hoch. Oder hast du es? Ich glaube, ich krieg das ja. Ja, hab ich. Und das ist da oben auch. In der Mitte. Nein. 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 Unser Mädch. Ja. Ja, ich muss dir noch das ganze Zeug für euch holen. Zeig mal meinen fetten Bauch. Ich stell mich hier drauf. Ich bin schwer genug. Och. Ach. Ja. Oh. 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 Sehr gut. Sehr gut. The door is open. Oh, wenn ich auf einmal hier oben? Weiß ich auch nicht. Du Arsch! Das Spiel ist ja irgendwie prädestiniert zum Träumen. Oh, ist das schön. Das ist ja wundervoll. Oh, ein Drache! Ein chinesischer Drache. Aber Pontius Pilazos macht das. Der steht als Drache. Guck mal, der Rechtsschildachse, äh, Janis auf dem Bild. Dragon! Tatsächlich. So, ich muss noch mal ganz kurz drücken. Okay, die Story geht weiter. Use and turn lever steht da. Wo ist hier ein Lever? Da passiert nichts, wenn ich ihn brauchen. Ja, nimmst du jetzt wieder auf? Ja, nehm ich. Okay, los geht's. Ich mach mal den Lever. Ach, der ein Lever war gemacht. Ja, ist. Wie haben wir das denn beim letzten Mal, als wenn du zu zweit warst? Ich hab den auch gleich gedrückt. Ich weiß es nicht. Mechanics, sag ich da. Geh immer ein Stück nach links, Janis. Na, muss mal sehen. Aber ich hasse dich. Ich glaub, ich glaub, ich werde dir jetzt über denert freuen. Ich werde dir nicht durchgehend trollen. Ich werde dir nicht trollen. Ich hoffe, wir werden niemals über die, die er imitiert. Das ist doch ein bisschen schön, wirklich schön. Ja, Janis, jetzt bin ich getrollt. Nö. So. Willst du das Verbot machen? Nein. Axel noch alive? Ja, ich stehe drücken. Warum kann ich den Wagen nicht dahin bewegen? Da ist er nur in eine Richtung fährt. Du musst einen Magnum, glaube ich mal. Anja, ja, das kann das auch. Ich glaube, der fährt nur nach rechts, nicht an links. Ja, das kann sein. Voll easy und zwar mit dem magnetischen Zeug. Auf alles was legen. Hier, ich, ich gehe auf die Hände aber. Hm, dann geht Felix, Felix geht auf den. Jawohl, gut. Achse, Axel. Ah. Oh, Axel ist weg. Ich danke euch. Willst du die Tür anheben? Erstmal weiter rennen, bevor die Tür richtig offen ist. Best plan EU West. Nicht sehen da drüben. Warte, warte. Warte, warte. Ich kann... Schieb mal die Kiste nach links, sodass sie... Ja, warte, ich mach das. Oh nein, die liegt scheiße. Ich brauche eine andere Kiste. Geh doch zurück und mach dich tot. Mach mal eine neue Kiste. Will mich aber nicht tot. Also ich kriege die Kiste ja sowieso nicht lang. Ich mach mich tot. Oh nein, Axel. Na gut. Oh, jetzt sagst du hier hin. Ihr verdammten Amateure. Oh. Oh. Oh, ich lebe. Oh, ich lebe. Das wird nie Fitch. Eigentlich muss man hier das Feuer so weg. Ja, cool. Ja, guck mal, jetzt Monster raus. Ja, jetzt kommen da halt Monster raus. Was soll ich denn da gehen? Ich mach das Feuer wieder hin. Kann man nicht mal das Viejo töten? Naja, ihr seid so ein paar Arschlechter. Warum? Ich hab's doch gemacht. Du sagst, du hast uns Träumer. Oh, ich bin nicht. Ja, siehst du, jetzt ist auch Axel. Äh, Jan ist so. Und Axel auch gleich. Ja, ich freue mich. Ich hab euch doch gerettet. Jetzt ist das euer Zeug. Ja, ja, ja. Danke. Mach jetzt die Spinne außen die. Ja, ja, ich hol die hier runter. Schöne Sache. Warum kann der denn nicht? Oh, hier drüben ist auch noch was. Da oben ist noch was. Stopp, zurück. Ja, ja, wir müssen da eh noch ganz viel holen. Get me up der. Ah, ich hab's vergessen. Also nicht gekriegt. Sagst du, wie es ist. Du hast zu unkompetent. Nein! Oh. Can't be true. So. Haben wir das schon mal? Oh Mann! Hm. Wird hier gut. Ja, fuck, ist sowas. Das letzte Ding ist ein scheiß Drecksding. Das ist nie da, wenn man's braucht. Das stimmt, ja. Nein, 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 aah! Nein, da! Alter Axel! Ich glaub, das hat's nicht durchgekommen. Das hätte krass, wo du funktioniert. Aber ich wäre da sonst nicht durchgekommen. Weißt du, der muss auch alles schwer machen. Na endlich. Schwer, das hat's nicht durchgekommen. Na und? Ah. Ha! Oh, ich hab überlebt. Wie? Sag ich das ja, ne? Ich weiß auch nicht, wie. Warum fragst du mich sowas? Nicht irgendjemand. Ja, danke. Was passiert hier? So. Jetzt gehen wir hier runter. Ich stell mich mal auf das Teilchen. Ist da noch irgendwo was, Felix? Oh! Verdammt. Ich weiß es nicht. Da wären sie tot. Ja, bei dem. Da oben ist noch was. Ja, da oben ist noch was. Wenn man den Schalter drückt, dann... Gebt mich mal hoch. Gebt mich mal hoch. Ey, geh mal einer auf den Schalt. Warte, ich geh auf den Schalt. Warte, ich geh auf den Schalt. Das sind aber ganz schöne Balls. Ja, da oben ist auch noch was. Oh, hier ist die Spinne. Oh, ich hab vorbeigeworfen. Da links war aber noch was, gell? Ja, links ist noch was. Ach, echt? Ja, das war da oben. Gut. Das hab ich geholt. Ja, gut. Cool, cool. Was? Ich kann mich immer in der Woche fahren. Ja, ich. Klar. Aber nur ich. X bleibt zurück. Oh, da ist ein Spinner. Ja, One-Hit. Ah. Nice. Was ist denn hier unten? Hm. It's a powerful. Ah, hier hinten ist noch ein Zeug. Oh, da ist die Spinne wieder. Ja, da war es wohl zu langsam, wenn ich anders bin. Warum? Ich hab das schon kaputt gemacht. Warum? Ich bin so blöd aufs Effenblasen zu öffnen. Ah ne, ich glaub es muss anders rum. Du blockst den ganzen Wind. Is not possible. Doch, du bist total un-aero-dynamisch. Oh, hier ist ein Spinner. Ich hab'n K. Nein, ich bin tot! Fuck! Oh, und der ist doch schon leer. Ich war oben in der Mitte. Nach rechts. Danke. Da ist ein Spinner. Und sie. Hör auf, die selber lassen. Kaputt zu machen. Töte sie lieber. Du leckst die Spinne. Was leckt? Na, Axel. Lecks of Doom. Hey, du willst gar nichts. Schön ein bisschen an dem Brunnen schnüffeln. Warum? Hab' ich auch. Lecks of Doom. Unspielbar. Bei mir geht's. What the fuck? Oh, Janis schwebt durch die Luftkohl. Oh, Janis hostet das doch sogar. Zwei. Okay, ich unterbreche noch so. Ah, hallo. Das immer wieder. Nein. Hier, ich hab' das. Oh. Jetzt. Ich hab' das hier gefunden. Hier oben. Macht was damit. So. Mehr gab's da unten nicht. Ey. Geh' doch da weg. Damit ich da die Brücke hochbauen kann. Ja, ich bin noch nicht fertig. Ja. Okay. Boah, was ist denn das schon wieder? Schon wieder Lecks of Doom. Ich hab' keine. Ich hab' auch keine. Ich weiß gar nicht, was du da die ganze Zeit machst, Janis, aber... Keine Ahnung. 4 Frames. Okay, ich muss noch mal kurz unterbrechen. Oh, Poe! My sister is so clever. Her wit like a spark. But I worry for her as her mood gets dark. Oh, ho, ho, ho. Ich 만들 Charles. Tipps, dein Duنا. Ich fortsche.